Ja, hallo zusammen. Jetzt willkommen zu einer weiteren Herausforderung, und zwar gestohlene Waren. Du hast einen Troll mit umfangreicher Ausrüstung. Schaffst du es in diesem Zug zu gewinnen, nachdem dein Gegner ihn dir gestohlen hat? Oh, oh, oh. Ähm. Jo, gegen Talrand, ne? Spielt eine Verstandeskontrolle, übernimmt hier meinen schönen ausgerüsteten Troll. Äh, was hat er denn da? Fallgrube, opfer die Zerstörrein angreifen oder nicht fliegende Kreatur deiner Bar. Äh, Zerstörrein angreifen oder block eine Kreatur deiner Bar, damit soll ich wahrscheinlich den Troll abschießen. Ähm. Garox Rudelführer. Ist 4-4. Was haben wir hier? Trampelschaden, Ausrüstung, Kreatur, Kreatur, plus 3, plus 3. Ah, wahrscheinlich soll ich ihm hier Trampelschaden geben. rüste die schienen weg wo mir den trampelschaden rüber aus equipen ist nämlich eine fähigkeit die zielt das geht nicht wenn eure kreatur staut hat eigentlich eine ganz coole regelsache die man oder die viele gar nicht so wissen doch schon ist das soll das wirklich so simpel sein angriff er blockt ich zerschießt seine kreatur meiner 4 4 trampler haut ihn für vier ja es ist in der tat so simpel das geht natürlich jetzt wieder ziemlich schnell deswegen lade ich ganz viele videos auf einmal hoch und ja das war schon die herausforderung gestohlen war als nächstes kommt dann unauslöslich ich hoffe das video euch trotzdem gefallen obwohl es eine sehr leichte herausforderung war ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen tag bis demnächst ciao